So, wir wollen hier in diesem Video einen Blechbiege-Teil erstellen, im Speziellen hier diese Konsole. Das hat hier auch eine bestimmte Abkantung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man so ein Blechbiege-Bauteil herangeht. Aus meiner Sicht gibt es drei Möglichkeiten. Wir werden das aus einer Fläche heraus entwickeln, eben genau aufgrund dessen, weil wir hier so einen Knick drin haben, den sich aus einer Fläche heraus leichter entwickeln lässt, werden das dann in einen Blechteil umwandeln, dort den tatsächlichen Blechteil aus der Fläche entwickeln, Zeichnung davon ableiten mit der Abwicklung, damit wir auch den DXF-Zuschnitt exportieren können. So in etwa schaut es dann im Creo aus, ist natürlich absolut änderbar, kann man an die Gegebenheiten anpassen und wie gesagt ist ein Weg, eine Möglichkeit zu solch einem Blechteil zu kommen. Wir starten also mit dem Festlegen des Arbeitsverzeichnisses. Ich habe hier schon ein Verzeichnis Creo eingerichtet und erstelle einen neuen Bauteil. Wir bleiben hier im Volumenteil, weil wir zuerst die Fläche erstellen. Wenn ich gleich einen Blechteil erzeugen möchte, müsste ich hier Blech selektieren. Dann hat man die Möglichkeit, die Blechfeatures alle anzuwenden, aber dazu gibt es dann ein eigenes Video. Wir machen jetzt einmal einen Volumenkörper, entwickeln die Fläche und konvertieren das in einen Blechteil. Ich habe hier 21D02, Katalognummer 21004, die Konsole. Und ich starte mit dieser Achse. Ich erstelle mir also diese Zylinderachse. Bezugskoordinatensystem. Legen wir genau hier an die Kante, in die Mitte. Da drinnen ist unser Bezugskoordinatensystem. Wir starten also mit der Erstellung der Achse. Selektiere die Vornebene und meine Ziehhändels lege ich jetzt einmal auf die Rechtsebene und einmal auf die Obenebene. Damit wir hier die Maße definieren können, möchte ich hier 35 mm nach hinten und 65 mm nach oben. Das heißt, wenn ich mir das jetzt von vorne anschaue, Achsen einblenden, liegt die Achse hier 35 und 65 mm quasi rechts hinten. Wir wollen diese Achse dann auch gleich umbenennen. A-Hydraulikzylinder. Ein bisschen Orientierung auch haben. Im nächsten Schritt wollen wir uns in die Mitte in etwa diese Geometrie einmal aufzeichnen. Wie denn der Blechteil dieser Konsole in etwa ausschauen soll. Wir stellen also eine Skizze in die Vornebene. Als Referenz nehme ich auch diese Achse mit dazu. Zeichne mal hier einen Kreis. Lege hier Tangential eine Linie an. Geht hier noch vor. Ein Stück gerade und auch hier wieder Tangential anlegen. Das löschen wir heraus. So, dann wollen wir bemaßen hier den Durchmesser, die Höhe und die Länge hier nach vorne. Ich mache hier von 10 mm. Dann von der Referenzebene 120 mm nach vorne. Und hier soll man einen Durchmesser von 30 mm aufspannen. Mit OK bestätigen. Jetzt ist mal unsere Geometrie hier in der Mitte. Wir werden die Breite, das heißt einmal diese Breite bis hierher und einmal die Breite bis hierher, mit zwei Ebenen begrenzen. Ich setze also einmal die Vorneebene hier nach vorne um das Maß 33. Warum 33? Ich gehe davon aus, dass hier die Breite genau 60 mm sein soll, wo dieser Zylinder gelagert wird. Deswegen 33. Ich nehme eine Blechstärke von 3 mm. Das ist meine Außenfläche, die wir jetzt da konstruieren. Dicke das Blech nach innen auf um 3 mm, daher 33. Und dann versetzen wir die Vorne noch einmal nach außen. Der Pfeil ist übrigens nur die Vorderseite der Ebene, die hier definiert ist. Und die wollen wir um 45 mm nach vorne versetzen. Mit OK bestätigen. So, wir werden jetzt, nachdem wir da so einen Knick drinnen haben, werden wir da hinten eine Ebene hineinlegen, die wir dann als Skizierebene für die tatsächliche Fläche verwenden. Ich mache also eine Ebene durch diese Kante und normal auf die Ebene, das heißt mit Steuerungstaste gedrückt. Die Kante selektieren, die vorne Ebene und zu vorne senkrecht mit OK bestätigen. Das wird unsere Skizierebene für diese Fläche, die die tatsächliche Kontur dann beschreibt. Wenn man das aus einzelnen Blechfeatures aufbaut, ist es aufgrund dieses Knicks hier, der so quer verläuft, etwas komplizierter. Noch dazu, wenn man dann hier nachträglich Biegungen einfügt, hat man sich auch mit den Maßen vielleicht etwas schwer. Aus meiner Sicht ist es hier einfacher, das aus einer Fläche zu entwickeln. Wir wollen hier auch noch zwei Referenzpunkte setzen. Hier und hier. Warum? Die wollen wir dann als Referenz für die Skizze bzw. für die Tiefenbegrenzung der Fläche benutzen. Also ich nehme hier einmal diesen Eckpunkt, erzeuge mir einen neuen Punkt und diesen Eckpunkt. Mit OK bestätigen. Jetzt haben wir unsere beiden Referenzpunkte. Und im nächsten Schritt erzeugen wir jetzt diese äußere Kontur, also diese Fläche hier. Wir stellen eine Skizze in unsere schräge Skizzebene. Der Pfeil soll in den Bildschirm hineinschauen. Also er zeigt nach der Orientierung immer in den Bildschirm hinein. Und als weitere Orientierung soll die vorne Ebene nach rechts schauen. Dann ist das so orientiert, wie ich das gerne hätte und nicht das System mir das vorschlägt. Also nochmal zur Orientierung. So liegen wir jetzt hier drinnen. Man kann hier übrigens links oben die Skizze-Referenzen auch innerhalb der Skizze wieder ändern. Beziehungsweise über rechte Maustasten haben wir auch hier die Möglichkeit, die Skizze-Referenzen über Schnittorientierung auch zu ändern. Also das heißt, die Skizze-Ebene ist unsere erzeugte schräge Ebene. Der Pfeil schaut immer in den Bildschirm hinein, nachdem das System das parallel gedreht hat. Und vorne soll nach rechts schauen. So als Referenz nehmen wir hier unten, schaut mal den Punkt ein, den Punkt 0 und unsere beiden versetzten Ebenen, TTM1 und TTM2. Und auch hier diese Hydraulikzylinderachse. Wir zeichnen jetzt hier eine Kontur, den wir dem so reicht, nach rechts versetzen. Mal nach unten hinaus geschoben. Wir wollen bemaßen vom Hydraulikzylinderachse bis hier oben, von der Hydraulikzylinderachse bis hierher, dann den Winkel hier und dann vom Bezugspunkt wollen wir ein bisschen die Skizze drüber hinausziehen. So, ich gebe hier mal 30 Millimeter und das werden wir aber noch über eine Beziehung steuern. Hier haben wir das Maß 18 Millimeter. Auch das könnte man theoretisch über eine Beziehung steuern, dass wir sagen, okay, über den Durchmesser 30, den wir hier angegeben haben, sprich 15 Millimeter Radius plus ein paar Millimeter. In meinem Fall 18. Hier nehmen wir einen Winkel von 30 Grad. Und hier unten wollen wir über den Punkt, also über diese ursprüngliche Skizze, einfach mal ein bisschen drüber stehen. Ich sage immer 10 Millimeter größer soll diese Skizze sein. Somit bleibt das Ganze auch änderbar, wird auch immer funktionieren. Mit OK bestätigen. Ich blende jetzt einmal die Bezugselemente aus. Wir wollen jetzt diese Skizze, dieses Maß 30 jetzt auch noch per Beziehung steuern. Also wir gehen über Modellabsicht, Beziehungen. Klicken wir diese Skizze an. Dann kommt die interne Bezeichnung, das Maß D18. Stell mich hier an die letzte Zeile, mit Enter dann in die nächste. Klicken auf dieses Maß D18. Ist gleich. Jetzt wähle ich diese Skizze hier an. Damit wird dieser Durchmesser D12 angezeigt. Also D18 soll gleich sein. D12 dividiert durch 2 plus wieder unsere 10 Millimeter. D12 dividiert durch 2 plus 10. Nicht vertippen. Damit wird es immer 10 Millimeter über diesem Radius drüber stehen. Mit OK bestätigen. Einmal regenerieren. Und jetzt können wir schon diese Kurve extrudieren. Was entsteht, wenn ich nur eine Kurve extrudiere? Natürlich eine Fläche. Das System schaltet hier automatisch auf Fläche um. Achtung, sollte man geschlossene Konturen haben und ich Flächen erzeugen wollen. Immer kontrollieren, dass man hier auch tatsächlich Flächen und nicht Volumina erstellt. Die Tiefenbegrenzung wollen wir hier bis Auswahl. Wie weit eben bis zu diesem Punkt. Aber auch hier noch ein bisschen drüber. Haben wir hier die Möglichkeit. Bis zu diesem aber etwas mehr. Und schießen wir 10 Millimeter drüber. Mit OK bestätigen. Jetzt haben wir im Prinzip diese Fläche hier gezeichnet. Und diese Fläche werden wir jetzt mit unserer Kontur hier trimmen. Dazu projizieren wir diese Kontur auf die Fläche drauf. Also wir selektieren unsere Skizze und über Projizieren, hier rechts oben, können wir auf diese Sammelfläche, Achtung, das ist eine Sammelfläche, die aus einzelnen Flächenpatches besteht. Man kann hier rechts unten umschalten auf Sammelfläche oder wenn man mit der rechten Maustaste durchklickt, kann man auch die Sammelfläche selektieren. Also man muss hier die gesamte Sammelfläche selektieren. Sinnvollerweise schalten wir um auf Sammelfläche, wählen, klicken wir unsere Fläche an. Was passiert, es wird im rechten Winkel auf die vorne Ebene projiziert auf diese Fläche. Warum im rechten Winkel? Weil hier oben in Richtung einer Ebene und die Ebene ist die vorne Ebene. Also normal darauf wird hier projiziert. Mit OK bestätigen. Und jetzt werden wir diese Kontur nehmen und damit diese Fläche trimmen. Also wir gehen wieder auf Sammelfläche, wählen die Sammelfläche, gehen auf Trimmen, wählen unsere Kontur und sagen, alles was innerhalb der Kontur ist, soll bestehen bleiben. Das heißt, die äußere Fläche, sprich diese Fläche hier, haben wir jetzt somit gezeichnet. Was fehlt uns jetzt? Jetzt fehlt uns im Prinzip noch das Stück hier rein bis zur Hälfte und dann können wir das Ganze spiegeln. Viele von euch wissen, ich bin jetzt nicht der Fan vom Spiegeln, wenn es um Volumengeometrien geht. Wenn es um das Spiegeln von Flächen geht, da bin ich der absolute Fan. Das funktioniert perfekt. Das heißt, wir werden hier also auch nur die Hälfte zeichnen und das Ganze dann spiegeln. Gibt es jetzt mehr Möglichkeiten? Man kann hier unten eine Skizze zeichnen. Diese Skizze füllen. Damit erhalte ich eine Fläche. Die Fläche hänge ich dann zu dieser Fläche dazu. Andere Variante wäre ja, aber wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Wir nehmen Achtung, wir müssen wieder umschalten auf Geometrie. Wenn man hier unten im Smart Filter etwas umschaltet, nicht vergessen, wieder zurück auf Geometrie schalten. Sonst ärgert man sich, weil man gewisse Dinge nicht wählen kann. Wir nehmen diese Kante und ich will diese Kante verlängern. Hier hat man die Möglichkeit, entweder die Kante zu verlängern, im Sinne mathematisch fortzuführen, oder aber auch, wir haben die Möglichkeit, sie normal auf eine Ebene zu verlängern. Und das machen wir. Wir verlängern sie normal auf die vorne Ebene. Mit OK bestätigen. Das wurde jetzt da abgrund der Verlängerung gleich an diese Fläche angehängt und es ist gleich eine gesamte Sammelfläche. Wenn man das hier unten extra als Fläche definiert, muss man es zur Sammelfläche dann dazu hängen. So, das heißt, wir nehmen jetzt da unsere Sammelfläche, sprich über den Geometriefilter wählen wir wieder Sammelfläche, selektieren die Sammelfläche und wählen hier Spiegeln. Spiegelelement ist die Vorne-Ebene, haben das jetzt hier rüber gespiegelt. Achtung, jetzt haben wir zwei Sammelflächen und diese beiden Sammelflächen wählen wir beide mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste und fügen sie zusammen. Mit Zusammenführen werden diese beiden zu einer Sammelfläche vereint. Wir sind hier immer noch im Sammelflächenfilter, das heißt, jetzt haben wir, wenn wir das anklicken, eine einzige Sammelfläche. Schaut mal zur Sicherheit gleich wiederum auf Geometrie. Jetzt haben wir unsere Fläche erstellt. Es gibt übrigens auch eine ganze Videoserie zur Erstellung von einem Öltank. Der besteht auch zuerst aus einer Flächengeometrie. Oft weiß man nicht, aus welchen einzelnen Blechteilen wird jetzt dieser Bauteil oder diese Baugruppe bestehen. Deswegen macht man sich einmal die gesamte Hüllgeometrie mit Flächen und extrudiert dann aus den einzelnen Flächen die einzelnen Blechbiegebauteile. Wie macht man das jetzt? Das heißt, wir sind im Volumenteil über Operationen in Blech konvertieren, können wir das jetzt in einen Blechteil umwandeln. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich werde dann noch dazu ein Video machen. Wir wollen einen leeren Volumenkörper in einen leeren Blechteil konvertieren. Also leer, da gibt es keine echte Volumengeometrie drinnen. So, wir sind jetzt im Blechteil. Wir sehen das auch hier oben. Wir haben andere Menüleiste, wir haben andere Features zur Verfügung. Und wir wollen jetzt einfach hergehen und diese Sammelfläche einfach aufticken, ihr die Blechstärke geben, automatische Biegungen hinzufügen und fertig ist unser Blechteil. Wir wählen also wieder im Filter den Sammelflächenfilter, selektieren die Fläche und gehen hier oben auf Versatz. Da kann man mal einerseits zu bestehenden Blechlaschen versetzte Laschen erzeugen, aber man kann auch mit dem Abstand 0 zur bestehenden Fläche unter Eingabe einer Blechdicke und der Richtung, in die wir aufticken wollen. In meinem Fall will ich nach innen aufticken. Kann man jetzt ein Blechteil erstellen. Also hier oben definieren wir mal die Blechdicke und unter Optionen soll er auch auf den scharfen Kanten die Biegungen hinzufügen. Biegeradius ist jetzt natürlich ganz, ganz wichtig. Abhängig sollte man unbedingt mit dem Hersteller abklären, was ergibt sein Werkzeug für einen Biegeradius, weil davon abhängig ergibt sich eine dementsprechende Abwicklung. Und wenn wir jetzt die Abwicklung DXF-Laser schneiden, also über einen DXF-Laser schneiden, Wasserstrahl schneiden, und wir biegen dann und wir haben realistisch dann nicht diese Biegeradien, die wir angenommen haben, dann passt unser Biegeteil nicht zu unserer Konstruktion. Da muss man aufpassen, wir gehen einmal von einer bestimmten Radius aus, nehmen wir mal einfach die Blechdicke her, noch wichtig ist natürlich auch die Verkürzung innerhalb der Rundung, weil wir biegen ja nicht genau auf der neutralen Faser, das ist je nach Blechmaterial, auch nach Walzrichtung immer etwas unterschiedlich. Aber das nehmen wir mal so hin, wie es jetzt da im Creo eingestellt ist. Man könnte hier eigene Blechbiegetabellen in den Hintergrund legen, aber das würde jetzt einfach alles zu weit gehen. Unser Blechteil ist in groben Zügen jetzt fertig. Wie wenn ihr über den Folienbaum blende ich mir hier jetzt noch die Flächen aus und ich blende mir auch die Kurven aus. Achtung, das ist nun ein momentaner Zustand. Wenn ich dieses ausgeblendete Element ständig ausgeblendet haben will, also auch nach einem erneuten Wiederöffnen, rechte Maustaste diesen Sichtbarkeitsstatus abspeichern. Jetzt ist es ständig ausgeblendet. Wenn ich es jetzt aber auch wieder haben möchte, muss ich es natürlich wieder einblenden und auch hier wieder diesen Status speichern. Wir brauchen hier oben jetzt noch eine Bohrung. Also wir gehen auf Bohrung. Ich mache hier eine koaxiale Bohrung durch alles durch mit einem Durchmesser von 15 Millimeter. So, tue ich alle durch. Dann brauchen wir hier unten noch die Bohrung, wo man das Ganze befestigen kann auf unserem T-Nutentisch. Setzen wir hier also wieder eine Bohrung hier auf diese Fläche. Die beiden Ziehhändles. Einen ziehe ich auf die vorne Ebene, einen ziehe ich hier hinten auf die rechts Ebene. Tiefenbegrenzung ist durch, alles durch. So, von der Mitte 25 Millimeter. Von hinten haben wir 40 Millimeter. Dann mache ich hier einen Durchmesser von 11 Millimeter. So, mit OK bestätigen. Das Ganze tun wir jetzt mustern. Die Richtung, also wenn geht, immer Bemaßungsmuster verwenden. Die Bemaßungen geben die Richtung vor. In dem Fall ist das Maß 40 die Richtung hier nach vorne. Und wir wollen hier 60 Millimeter Abstand nach vorne. Und die zweite Richtung ist das Maß 25. 25 geht in dem Fall nach rechts. Also minus 50 Millimeter ist dann nach links. Die zweite Richtung, auch hier zwei Elemente inklusive dem Original. Wir haben jetzt hier unsere vier Bohrungen. Würde das Ganze jetzt natürlich breiter werden, sollten wir das unbedingt über eine Beziehung steuern. Das heißt, wir haben das Muster. Wir klicken das Muster an. Das Maß D48. Übrigens, hier sind viele Beziehungen dazugekommen. Aufgrund des Blechteils. Einfach in die letzte Zeile stellen. Enter. Und in meinem Fall das Maß D48 ist gleich. Jetzt die erste Bohrung im Muster selektieren. Ist gleich das Maß D45 mal 2. Damit passt das immer, egal wie weit Sie jetzt diese Bohrung hier anwegsetzen. Gehen wir da auf 12 Millimeter. Aufgrund der Beziehung bleibt das symmetrisch. Also da sollte man in der Konstruktion dann schon achten darauf, dass solche Elemente auch tatsächlich symmetrisch bleiben, wenn man hier etwaige Änderungen vornimmt. Jetzt machen wir noch zwei Bohrungen in die Mitte hinein, damit wir den Oberteil hier mit Senkkopfschrauben am Unterteil befestigen können. Wir sind also wieder in der Konstruktion. Bohrung auf diese Fläche. Der eine Ziehhändel geht wieder auf die Vorne Ebene. Den setzen wir gleich einmal 0, weil wir wollen genau auf der Vorne Ebene. Und der zweite Ziehhändel geht wieder auf die Rechtsebene. Das Maß von hinten, das soll jetzt sein, 30 Millimeter. Geht es wieder durch, alle durch. Und hier haben wir das Maß 30 Millimeter von hinten. Und wir machen hier einen Durchmesser von 6,6. Ich gehe jetzt davon an einen M6 Schrauber aus. Mit OK bestätigen. Diese Bohrung wird wieder gemustert. Das Maß 30 gibt die Richtung vor. Wir wollen hier zwei Bohrungen erstellen. mit dem Abstand von 60 Millimeter. Daraus könnte man durchaus mehr nehmen. Nehmen wir mal 70 Millimeter mit OK bestätigen. Mal zwischendurch Abspeichern nicht vergessen. Was wir auf alle Fälle brauchen, ist hier unten zwei Senkungen. Warum? Weil wir das mit Senkkopfschrauben versenken. Das muss ja eben sein. Weil sonst bauen wir das ja auf einem Werkstück, auf einem Werktisch auf. Das heißt, am Mutter-Element, das ist die rechte hier, füge ich eine Phase dazu. Bitte achten darauf, dass ihr da beim Filter wieder auf Geometrie umschaltet. Jetzt bin ich wieder selber reingefallen. Egal. Also am Mutter-Element des Musters, wenn man nicht sicher ist, einfach auf die erste Bohrung im Muster draufklicken. Das ist das Mutter-Element. Hier setze ich über Konstruktion eine Phase drauf. 45 mal D. Puh, schauen wir mal. Müssten wir dann halt schauen, wie viel man tatsächlich braucht für diese Senkkopfschraube. Ich gehe jetzt nochmal von 2,5 Millimeter aus. In der Hoffnung, dass das passt. Und rechte Maustaste Mustern. Wir verwenden das Referenzmuster, das System erkennt, es hängt an einem Muster dran und referenziert sich auf das und mustert die Phase automatisch mit. So. Bautorl ist soweit fertig. Jetzt muss man natürlich darauf achten, wir machen jetzt eine Abwicklung. Die Abwicklung hat man die Möglichkeit, in Form einer Familientabelle abzubilden und in Form einer vereinfachten Darstellung abzubilden. Wir machen einmal die Variante der Familientabelle. Das kann man händisch anstoßen. Das heißt, man erzeugt hier oben eine Endabwicklung. Man kann hier die fixe Fläche vorgeben. Großteils passt es. Wenn nicht, dann gibt man einfach die fixe Fläche vor. Damit wurde jetzt die Endabwicklung erzeugt. Wir erstellen eine Familientabelle. Mit dem Einfügen von Spalten kann man Elemente der Familientabelle hinzufügen. Mit dem Erstellen von Zeilen erstellt man Varianten. Also wir gehen hier auf Spalte hinzufügen. Wir wollen ein Konstruktionselement dieser Familientabelle hinzufügen, und zwar die Abwicklung. Fertig und okay. Hier kann man sich jetzt überlegen, macht durchaus Sinn, bei dieser Endabwicklung, also bei diesem abgewickelten Bauteil, auch die beiden Phasen wegzunehmen. Weil beim Laserschnitt muss man aufpassen, je nachdem wie man das jetzt am Blatt dann orientiert, kann sein, dass die Phase sichtbar wird und die darf aber natürlich nicht geschnitten werden. Gehen wir her, blenden wir es einfach mit aus. Das heißt, das Konstruktionselement nehmen wir das ganze Muster hier mit okay bestätigen. Jetzt haben wir hier die Endabwicklung und das Muster. Fügen eine neue Zeile ein. Diese Zeile soll heißen Flat, also derselbe Name, dahinter Flat, für die Abwicklung. Und in der tatsächlichen Abwicklung wollen wir die Endabwicklung anzeigen und das Muster aber nicht. Mit Nein bestätigen. Man kann diese Variante auch verifizieren. Wenn Erfolg dabei steht, kann man sicher sein, dass das funktioniert. Und man kann sich diese Variante auch vorab anschauen. Also das wäre diese Variante. Man sieht, da ist jetzt auch die Phase nicht dabei und es ist im abgewickelten Zustand. Wir bestätigen das mit okay. Und im Original wird diese Abwicklung unterdrückt. Weil da wollen wir es ja nicht. Da wollen wir ja den gebogenen Bauteil. Speichern. Diese Variante erzeugen einer Familientabelle, Endabwicklung erzeugen, der Familientabelle hinzufügen, im Original unterdrücken, kann man auch hier oben automatisch erstellen. und zwar gibt es hier die Vorschau der Endabwicklung. Das System macht hier diese Endabwicklung. In dem Fall würde er es eh schon so auftreten, dass jetzt da die Phasen zu uns herschauen. Egal. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, über diese beiden Icons einmal genau das zu machen, was wir jetzt gemacht haben. Nämlich eine Familientabelle erstellen, eine Variante erstellen, die Endabwicklung dazugeben und die Endabwicklung im Original unterdrücken. Also die Variante Familientabelle. oder Variante vereinfachte Darstellung. Es geht nämlich auch über vereinfachte Darstellung, dass man über eine vereinfachte Darstellung sagt, Endabwicklung anzeigen und gegebenenfalls die Phasen wegnehmen. Also je nachdem, Firmen werden vorgeben, wir geben vor jetzt einmal das über eine Familientabelle zu machen und dann werden wir es irgendwann einmal über vereinfachte Darstellungen machen, so dass wir halt einfach alles lernen. Also hier die erste Variante wäre eben die Familientabelle, die zweite ist die vereinfachte Darstellung. So blenden wir das aus, brauchen wir nicht. Wir wollen das speichern. Ich zeige jetzt nur ganz kurz, wie bringe ich die Abwicklung auf die Zeichnung. Ich erstelle eine neue Zeichnung. Name ist natürlich dasselbe wie vom Bauteil. Ich nehme hier ein, können wir ruhig wieder nehmen, leer mit Formatierung. Gehen wir auf ein A3-Fertigungsformat und jetzt wähle ich natürlich die Abwicklung. Hier unten nehme ich mal das Blatt 1 und nenne das hier Zuschnitt. das ist die Zeichnung für den Zuschnitt. Rechte Maustaste. Basisansicht hierher. Und wir wollen jetzt da das Ganze von oben anschauen. Mit OK bestätigen. Über den Folienbaum die Flächen ausblenden und die Kurven ausblenden und den Status speichern. Dann brauchen wir natürlich auch nicht die Maße. Was jetzt hier ganz wichtig ist, wir brauchen natürlich den Maßstab 1 zu 1. Wir wollen ja das Laser schneiden. Also ganz wichtig, den Maßstab 1 zu 1 hier einzustellen. Und bei Blatt einrichten Format anzeigen, das nehmen wir weg. Das ist nur der Zuschnitt. Da darf nichts anderes dabei sein. Wir geben auch kein Maß an. Manche Fertiger verlangen ein Kontrollmaß, damit man sicher sein kann, dass der DXF-Zuschnitt nicht durch irgendeinen Maßstab jetzt vielleicht verkleinert oder vergrößert wurde. Diese Zeichnung wird dann über Datei speichern als exportieren als DXF-File exportiert. In dem Fall in das bestehende Arbeitsverzeichnis. Ich in meinem Fall schreibe hier immer dazu T3 heißt Blechstärke 3. Ich will 5 Stück und das Ganze aus 1.4301 Edelstahl abgespeichert. Somit weiß der Fertiger. Von diesem Bauteil aus 3 mm Blechdecke in dem Material an 3.4301 sind 5 Stück herzustellen. Dann mache ich hier eine neue Zeichnung. Blatt einrichten. Da zeigen wir uns das Format wieder an. Wir fügen jetzt da ein Zeichnungsmodell hinzu zur Zeichnung. Nehme ich dasselbe noch einmal, aber in der generischen gebogenen Variante. Warum? Wir werden jetzt die Zeichnung vom gebogenen Blechteil erstellen. Da bemaßen wir dann Bigeradien. Ich mache jetzt nur ein paar Bemaßungen. Ein paar Kontrollmaße. Das Ganze soll 90 werden. Wir haben Bigeradius 3 mm. Da hinten soll sein 60 mm. Wir brauchen dann natürlich auch Höhe so als Kontrollmaß und geben jetzt zu dieser Zeichnung auch die Abwicklung dazu und bemaßen die Abwicklung. Dazu muss ich jetzt das Modell wechseln. Zeichnungsmodelle Modell wechseln. Entweder hier rechts oder das Ganze finden wir auch hier unten. Und zwar wenn wir da auf den Namen klicken. Rechts unten. Also ein Doppelklick hier auf den Namen. Dann haben wir hier die Möglichkeit zwischen dem gebogenen der Konsole und der Abwicklung zu wechseln. Ich wechsle jetzt auf die Abwicklung. Rechte Maustaste. Füge wieder eine Basisansicht hinzu. Nehme ich meine Abwicklung. Die schauen wir von oben an. Mit OK bestätigen. Oder werden wir jetzt den Maßstab 1 zu 5 machen. Ah 1 zu 2. Was haben wir übrigens da? Die Konsole hat den Maßstab 1 zu 2. Das passt. Und Flat hat auch den Maßstab 1 zu 2. Das System blendet hier jetzt automatisch die größte Breite, größte Länge von diesem Blechteil ab. Da tun wir gleich mal beide auf maximal eine Kommastelle ändern. Und jetzt ganz wichtig wir zeigen hier die Biegeachsen an die wir brauchen. über Achsen anzeigen können wir uns hier die Bohrungsachsen und vor allem ganz wichtig die Biegeachsen anzeigen und diese auch dann bemaßen. Das heißt von hier nach hier sind so und so viele Millimeter also von der Kante Tangential 79 dann können wir hier bemaßen Tangential auf diese Kante und von dieser Kante Tangential auf diese Kante Das machen wir dann symmetrisch auf der anderen Seite Ich gehe es nur her und werde wieder das auf maximal eine Kommastelle sollte bei Blech Biege dann mehr als ausreichen und was wir jetzt noch wollen wir zeigen auch noch an die Notizen im Sinne der Biegungen also wir wollen hier anzeigen lassen 30 Grad nach oben 30 Grad nach unten 30 Grad nach oben 30 Grad nach unten beziehungsweise 90 nach oben nach unten und dergleichen bisschen Ordner noch also Biegekanten bemaßen sowie das Blech jetzt hier liegt muss diese Lasche nach unten gebogen werden diese Kante nach oben gebogen werden und was bei solchen Biegeteilen aus meiner Sicht auch ganz ganz wichtig ist unbedingt eine 3D Ansicht erstellen weil dann kann man sich etwas besser orientieren in welche Richtung müssen diese Laschen tatsächlich gebogen werden ich erstelle mir also eine neue Orientierungsdarstellung 3D und diese bleibt man auch hier in der Zeichnung Layout neue Basisansicht ups vorher müssen wir natürlich wieder auf die Konsole wechseln neue Basisansicht 3D Ansichtsdarstellung sagen wir die Tangentialkanten abgeblendet mit Anzeigen dann sehen wir nämlich auch die Biegungen was man unbedingt hier dann auch noch darstellen muss sollte ist Oberflächenangabe für den Laserschnitt der muss ja auch eine bestimmte Maßhaltigkeit haben wir haben eine bestimmte Schrägheit des Schnittes also eine bestimmte Oberflächengüte also auch das sollte man angeben und was man natürlich auch noch machen müssen es sind hier zwei Phasen nämlich bei den Bohrungen hier unterhalb zwei Phasen müssen wir natürlich auch hier irgendwo bemaßen damit man weiß dass diese Phasen auch zu machen sind also das wäre dann noch so die Variante sinnvollerweise machen wir uns eine Ebene mit dem Abstand 0 das ist die Schnitt A Ebene und mit der Ebene erzeugen wir einen Schnitt den Schnitt A und dann blenden wir da am besten gleich den Schnitt einfach ein gleich mal die Achsen dazu da brauchen wir auch die Achsen und dann haben wir hier die Möglichkeit die Phase anzugeben 2,5 mal 45 Grad der Rest ist die Frage ob man das bemaßt das kommt vom Laser zu Schnitt fixfertig daher ich persönlich bemaße das nicht mehr weil es völlig irrelevant ist weil wenn ich da jetzt ein Maß hinschreibe das ist wurscht das kommt vom Laser Schnitt her wenn das nicht passt also ich bemaße ausschließlich nur mehr die Elemente die danach zu machen sind Gewinde Phasen Kleinigkeiten und Biegeradien sind wichtig Hauptabmessungen für die Kontrolle nach dem Biegen ich meine was mache wenn es nicht passt Pech gehabt wegschmeißen Bug etwas ändern und wenn jetzt natürlich die Biegeradien da überhaupt nicht mit meinem Werkzeug zusammenstehen dann wird das ganze Bautal nicht mehr stimmen weil die Abwicklung von vornherein falsch ist ich bemaße im Regelfall die Hauptabmessung des Blechs damit nämlich nur in etwa abschätzen kann wie groß ist das Blechteil das man braucht ich bemaße auf die Biegekanten hin dann kann man darüber diskutieren ob man eine Tabelle mit der Biegefolge angibt sollte man aber genau wissen was man tut weil das ist auch eine Wissenschaft für sich welche Büge da in welchen Abständen kommen manchmal tut man auch nur ein wenig bestimmte Büge vorbiegen damit man überhaupt die anderen biegen kann am besten sich ein wenig mit dem Herrn Professor unterhalten was am besten hinaufkommt aber aus meiner Sicht der gebogene Teil Hauptabmessung biegerade die noch zu fertigen Elemente die Abwicklung das kann man dann auch hier noch kennzeichnen Abwicklung diesen Text kann man dann auch auf eine Ansicht beziehen nämlich auf diese Ansicht wenn ich die Ansicht verschiebe geht der Text dann mit ja und dann bleibt jetzt noch das Oberflächenzeichen so für die Oberfläche füge ich hier ein benutzerdefiniertes Symbol ein durch suchen Oberfläche spezielles Oberflächensymbol bei Gruppierung wir wollen spannend das einfache Grundsymbol mit Fertigungsangabe hier eine Textangabe und bei der Textangabe schreiben wir mal hin die ISO 9013 das ist die Angabe für thermische Schnitte minus zum Beispiel 231 und das möchte ich hier frei platzieren ich platziere das hier dazu was heißt das die erste Ziffer steht für die Rechtwinklichkeit des Schnittes also für die Neigungstoleranz wie viel lasse ich hier eine Neigung zu die zweite Ziffer steht für die Rauigkeit des Schnittes und die dritte Ziffer steht für die Maßhaltigkeit des Bauteils somit ist grob alles gegeben natürlich Parameter befüllen dass wir sauberes Stück sauberes Schriftfeld und dergleichen haben und dann sollte man soweit mit unserem Bauteil fertig sein